Den Weinbegriff Feinherb kann man durchaus mit Halbtrocken vergleichen. Jedoch wirken meiner Erfahrung nach Feinherbeweine trockener als diejenigen mit dem Begriff Halbtrocken. Winzer wählen diesen Begriff oft bei Weinen mit einer kräftigen Säure, die die Süße am Gaumen weniger spürbar macht. Bei Eberbach Schäfer baut man den Chardonnay schon seit Jahren Feinherb aus. Und das steht dem Wein meiner Meinung nach sehr gut, denn er ist sehr sortentypisch und nahezu perfekt balanciert.